Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht liegt kurz nach der Gründung in den meisten Umfragen über der 5-Prozent-Hürde. Wie kann man so schnell Erfolg haben? Unser Reizthema des Tages mit Fokus-Online-Chef-Korrespondent Uli Reitz. Uli, das Bündnis Sarah Wagenknecht sitzt im Bundestag. Du sitzt da auch als Beobachter. Wie erlebst du diese neue Partei? In der Regel fröhlich, rauflustig und eher optimistisch für die eigene Sache. So stellt sich das mir dar. Wir haben im Grunde genommen zwei Linksparteien, die haben sich ja gespalten. Und die eine schreibt gerade eine Verlierergeschichte und die andere schreibt gerade eine Gewinnergeschichte. Die Verlierergeschichte schreiben die Reste der Linksparteien, die herabgestuft wurden von einer Fraktion auf eine Gruppe, weniger Redezeit und so weiter. Und die andere ist der aufstrebende Laden, geführt von Sarah Wagenknecht, die auch im Namen dieser Partei steht. Und der große Vorteil ist, ohne gewählt zu werden als Partei, sitzt nun das Bündnis Sarah Wagenknecht im Bundestag. Und das verschafft ihr natürlich Respekt und Aufmerksamkeit und Redezeit. Und die Leute sehen, wenn Bundestagsdebatten in den Nachrichten gezeigt werden, die Redner aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSB, und nehmen die als Normalfall wahr. Dabei sind sie doch gar nicht gewählt. Ein großer Vorteil, den Wagenknecht hat gegenüber etwa einer anderen Parteigründung von rechts, nämlich der Werteunion. Die muss erst mal darum kämpfen, dass sie in den Bundestag kommen. Und Wagenknecht sitzt schon drin. Ein Vorteil, den man gar nicht hoch genug schätzen kann. Wo ordnest du dieses Bündnis eigentlich im politischen Spektrum ein? Sind die jetzt eher links oder rechts? Ja, die sind rechts und links beides. Also sie sind wirtschafts- und sozialpolitisch sicher eher links, nach dem Motto, die Reichen müssen mehr zahlen. Und die sind gesellschaftspolitisch eher rechts, nach dem Motto, wir diesen ganzen grünen Identitätskram, den lehnen wir völlig ab mit Geschlechtern, so viel man will. Und mit dieser gendersensiblen Sprache, davon wollen wir nichts wissen. Da sind die BSW-Leute ziemlich kernig unterwegs und natürlich in der Außenpolitik. Das heißt, im Verhältnis zu Russland, im Verhältnis zu den USA und im Verhältnis zu Europa sind sie sicherlich der AfD näher als alle anderen. Also insofern links und rechts. Und deswegen füllen sie auch eine Repräsentationslücke, die es in der Politik sicher gibt. Würdest du sagen, es ist eine Protestpartei? Naja, es gibt jetzt etwa diese Umfrage des Instituts für Ahlensbach. In der steht drin, dass 69 Prozent derjenigen, die sich vorstellen können, Frau Wagenknecht und ihre Partei zu wählen, der Meinung sind, dass sie damit zeigen können, dass sie mit der derzeitigen Politik unzufrieden sind. Also das ist natürlich eine Protestpartei, gar keine Frage, die sich nähert aus der Unzufriedenheit mit der Politik. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, würde die Ampel eine anständige Politik abliefern. Eine, die berechenbar ist in dem, was sie tut, die kommuniziert, was sie macht und deren Folgen nicht so verheerend sind wie das, was passiert. Etwa beim Heizungsgesetz von Herrn Habeck. In dem Moment, wo man anständige Politik macht, kann man auch die Extremisten klein halten. Aber die Welt ist komplizierter. Ich habe ja gesagt, es gibt diese Repräsentationslücke für bestimmte Positionen. Der Protest kommt ja nicht sozusagen aus dem Nirgendwo. Wer etwa der Meinung ist, dass man irgendwann auch wieder mit Russland normale Beziehungen haben will, wer der Meinung ist, man darf sich nicht so sehr von den amerikanischen Interessen im Ukraine-Krieg abhängig machen, wer der Meinung ist, dass Europa toll ist, aber Brüssel blöd, wen soll der wählen? So, da findet er eben keine Ankerpunkte mehr bei den sogenannten etablierten Parteien. Und es war einfach so, ich erinnere mich noch gut daran, als zum Beispiel für euroskeptische Positionen, dass die in den angestammten Parteien vertreten werden konnten, ohne dass ein Anspruch herrschte auf nur eine einzige Meinung. Das beste Beispiel dafür ist sogar ein Bundeskanzler, nämlich Gerhard Schröder, der deutlich euroskeptische und kritische Töne vertrat, als er an die Regierung kam, Anfang der Nullerjahre. Und das gibt es heute nicht mehr. Und daraus entsteht eine Repräsentationslücke. Und die füllt das Bündnis Sarah Wagenknecht, die füllt die Linke und die füllt die AfD. Wenn es sich also nicht nur um eine Protestpartei handelt, sondern auch um diese Repräsentationslücke, dann bleibt dieses Bündnis Sarah Wagenknecht auch in Zukunft? Wissen wir nicht. Das ist ein bisschen früh. Also wir haben ja gesehen, die AfD gilt heute als etabliert. Die sich bei Werten irgendwo zwischen 15 und über 20 Prozent eingebendet hat in den Ostländern, sogar noch mehr. Und auch die großen Proteste und Demonstrationen können ihr nur wenig anhaben. Und die Zahlen, Demoskopiezahlen, die sind ja ein bisschen nach unten gegangen der AfD, aber weniger als Folge der Demonstrationen, sondern mehr als Folge der Existenz der Wagenknechtpartei, die zum selben Zeitpunkt sozusagen angetreten ist. Und man teilt sich sozusagen jetzt ein Protestlager. Weil die AfD muss sich das in gewisser Weise teilen auch mit Wagenknecht. Und das ist das, was im Moment eben passiert. Wir werden sehen bei den Wahlen in diesem Jahr, bei der Europawahl und bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, wie das BSB abschneidet von Frau Wagenknecht. Aber bei der Europawahl gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde. Das heißt, mit anderen Worten, da ist sie schon so gut wie drin im Europaparlament. Und das heißt, die hat jetzt erst mal, Frau Wagenknecht, hat erst mal einen Lauf. Und das wird, sagen wir mal, ohne jetzt in Prophetie zu verfallen und damit unseriös zu werden, das wird in der nächsten Zeit eher weitergehen. Sie hat einfach einen Lauf und da gibt es verschiedene Dinge, die dafür verantwortlich sind. Sie selbst in dieser Umfrage, Allensbach, steht drin, das ist der zweithöchste Wert. Auf die Frage, mich überzeugt Sarah Wagenknecht als Person, antworten 59 Prozent mit Ja. Wenn man jetzt mäkeln will, kann man sagen, naja, eine Ein-Personen-Partei. Andererseits zeigt es aber auch, welche Überzeugungskraft und welches Charisma Sarah Wagenknecht persönlich zu entfalten versteht. Bis hinein, weit hinein in bürgerliche Kreise. Wir werden uns also an diese Truppe erst mal gewöhnen müssen. Was können denn Ampelparteien und Union daraus lernen? Was man daraus lernen kann, ist immer anständig zu regieren. Das ist das eine, handwerklich sauber zu regieren. Der zweite Punkt ist, nah bei den Leuten zu bleiben und sich nicht zu entfernen. Dann läuft man in diese, die da unten, die da oben Debatte rein. Nach dem Motto, die Elite entfernt sich vom Volk. Deswegen muss die Elite beim Volk bleiben. Und das dritte ist, eine Politik zu machen, die nicht so ideologisch ist und nicht so von oben herabkommt. Also zum Beispiel konkrete Lösungsvorschläge anzubieten zur Lösung der Migrationskrise, die wir jetzt schon seit vielen Jahren haben. Solange das nicht geschieht, werden diese Parteien sicher stark bleiben. Und der letzte Punkt, den halte ich für eminent wichtig. Das Meinungsspektrum in den bestehenden etablierten Parteien sollte breiter werden. Es muss möglich sein, auch wenn man in der CDU ist, eine Meinung zu vertreten, die sagt, lass uns nicht alles machen, was die Ukraine gut findet. So, ich finde das wichtig. Ich persönlich bin bei der Ukraine. Aber ich finde wichtig, dass es auch eine andere Meinung geben muss, auch innerhalb der CDU und innerhalb der SPD, der FDP und der Grünen. Dieser Rigorismus, der nur eine Meinung zulässt und Grautöne überhaupt nicht mehr und der keine Kompromisse kennen will, der ist einfach auch für die jeweiligen Parteien schlecht. Und diese vier Punkte, denke ich, die können Sie lernen. Unser Reizthema des Tages. Vielen Dank, Uli. Gerne, Caro.